Stell dich doch einfach mal vor. Ja ich bin der Michael und ich bade gern. In der heutigen Folge von Super Schlag Brüder. Mami! Mami! Hilf mir beim Tanzen! Nicht sogar. Nein! Schon ziemlich sexy. Oh! Oh mein Gott! Nein! Ich spiel jetzt den besten Charakter im ganzen Spiel. Ja, sonst wären wir keine besten Freunde. Hey willkommen! Hey und willkommen! Hey! Smash! Komm rein! Oh! Ich bin doch schon drin. Ich nehme jetzt Bowser Junior. Ja. Weil ich finde so Schildkröten ziemlich sweet. Ach so. Boah, ich werd dich jetzt so zerstören. Nee, Alter. Doch. Wie gerade eben. Aber die Runde ist natürlich rausgeschnitten, ne? Die war verdammt laggy. Ach komm, ich geh mich jetzt, Alter. Das ist mir zu blöd. Nein! Nein, bleib hier! Oh! 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 Oh nein! Ich schmeiß doch mein Ding! Das weißt du genau. Guck wie ich dich rasier, ey! Guck dir das mal an! Ja, ja! Ja, ja! Guck mal hier! Zack! Brrrr! Ball! Oh! Nein! Mami! Mami! Hilf mir beim Tanzen! Auchy Bouchy sagte der Mann! Ich hatte keinen Double Jump! Uiuiuiui! Uiuiuiui! Uiuiui! Da war der Tricksamer Fahrrad! Haha! Nein! 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 Ich hasse diese Situation! Ich hasse diese Situation! Ich weiß, Mann! Und das ist super! Weil... Du willst einfach nicht erwarten, wann ich den mache. Du weißt es einfach. Ich werde da sowas von erwarten. Oh! Du hast ihn gemacht! Du hast ihn gemacht! Genau da! Boah! Ob ich dich jetzt zerstöre! Jetzt wo du den Ball losgeworden bist! Der Ball hat mich... Was ist das denn? ...auf dem Boden gehalten. Der so schwer ist. Achso! Warte, warte! Warte, warte! Pass mal auf! Pass mal auf! Was ich jetzt mache! Ja, nimm das da! Aber nicht das der! Ich dachte das ist... Ein Sheet-Breaker, Alter! Zack! Oh mein Gott! Der Schild ist gebrochen! Der Schild ist gebrochen! Ja, egal! Der regelt doch nicht! Ey, wieso hast du denn Sheet-Breaker, Alter? Hast du es gesehen? Ne, ich will es einfach ein bisschen spannend machen! Das ist okay! Achso! Das glaube ich nicht! Ich glaube ich zerstöre dich einfach innerlich! Innerlich bist du kaputt! Keiner Einspieler, wie es bei dir innen drin aussieht! Autsch! Aua! Wie gefällt dir das her? Aua! 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 Wie gefällt dir das her? Aua! Wie gefällt dir das her? Nicht gut, oder? Nicht gut, oder? Hä? Ha? Nicht so geil, ne? Nicht so geil! Nein! Oh jetzt kommt der Baum, Alter! Du hast trotzdem 36% mehr als ich! Hä? Wie man das immer grabbt, Alter! Als ob das irgendwie so 50 Meter näher ist! 50 Meter näher? Ja! Oh! Pfff! Die Combo-Bombo! Ups! Sarappa! Ricki, Ricki, Ricki! Nein! Haha, hallo! Oh! Hätte ich aber mega phrasen können gerade! Phrasen? Mega phrasen! Bah, Alter! Mit der Axt! Mit der Axti! Boah! So funktioniert das nicht! Boah! Wie talkst du eigentlich mit mir? Wow! Schade Schokolade, hä? Denkst du dir jetzt gerade, oder? Schade Schokolade! Nein! 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 Was war das? Nein! Was war das? Der Baum regelt natürlich wieder und der Sieger ist der Bewohner. Nicht verdienen, das weißt du. Ich bin jetzt mein True Man. Bin ich jetzt auch mein? Ne, ich bin nicht mein True Man. Das ist nicht wirklich mein True Man. Aber... Schon ziemlich sexy. Oh fuck! Pinker Donkey Kong. Das ist der schwierigste Charakter. Ja, das ist der True. Ja, weil der Pink ist. Ja, ja. Das ist nochmal ein extra Charakter. Pinker Donkey Kong. Ich hab schon 42%. Pinker Donkey Kong ist nochmal ein extra Charakter. Oh, ja, ja. Das ist kein... Also viele verwechseln das immer als... Hier, Shadow... Oder die Echo-Charakter. Aber das ist eigentlich... Ja, die denken, das ist ein Skin. Hä, sind Items an? Aber... Oh, nur Items... Nein! 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 Pinker Donkey Kong! Die Grahi, Alter! Was? Hä? Was ist gerade passiert? Oh, der kann hochspringen. Was ist... Was ist... Was geht hier ab? Was geht hier ab, Alter? Wer ist... Was... Was will der von mir, Mann? Wer ist das überhaupt? Oh, die gönne ich mir! Die gönne ich mir! Nein! Das ist... Ich kann nichts machen! Ich gucke den Donkey Kong an, Alter! Oh! Der Smashball! Der Smashball! Der Smashball! Ich brauche den Ball! Ne, ich brauche den Ball, Alter! Ich brauche den Ball! Ja! Nein! Ich bin ne Krake, Bitch! Lass mich in Ruhe! 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 Nein! Das ist... Ich wusste nicht, dass die Schwerkraft hat. Ich glaube, wir machen... Wieso sind jetzt Items da gewesen? Ich glaube, weil du... Du hast die Runde ausgerichtet und du hast Items da aus irgendwelchen Gründen. Okay, machen wir nochmal das selber Match. Und zack! Oh! Pfff! Oh! Was zum... Oh! Komm mal her, du kleine Schlawiner, du! Komm her! Boah, wie schön ist der jetzt? Oh! 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 Enschöner Erinnerung an den Donkey Kong Bongo-Kontroller. Ein Bongo ist nach links... Und zwei Bongos ist nach rechts. Das ist einfach nur ein Turnt. Ach so! Ja, das ist der wichtigste... Man hat die zwei wichtigsten Eingaben. Einen Schritt nach rechts ein Turnt. Alter ich ich komme das nicht nicht ich komme nicht klar Momentchen so ein Teil Momentchen ich habe ganz falsch mit Cloud angefangen ich bin es ja sowieso so es ist einfach nur Limit Kerst so heißt das ja interessiert auch nicht wie auch nicht Ui das war ein schöner Treffer da bist du da bist du raus mein Sohn Popsa Bambara Zaka Pizzi und Prazza und Zombie und Zerrat das ist ein Zauber Spruch und 30 ja es ist mehr da und für die und sie immer an die Lehne und Prozent die Hälfte von Meierer Oerstör geflogen der Platte der Wurzl mit der Platte die eine Bratwanne rei man spielt so nicht mit dem Tag stehen weil das cool ist oder weil du den Kassel Krasser Junger bist Ich bin edgyboy7 Uiuiui Eddigt mich auf Skype Edgyboy7 Den gibt's bestimmt wirklich Du hast jetzt dein Schicksal Verurteilt Ja in mein Smash Ja man Mewtwo ist so ein So ein leichter Boy man Rob? Rob der Roboter? Nein Wie er mit vollem Namen heißt Nein Du hast sie auch ran gelassen Ey jetzt hör mal Upsi Ich will die Ich will die Ich weiß Nein nicht das dunkle Orb Nicht das dunkle Oh shit Wo bin ich Auch Stop it Oh Der Smash Bally Finger weg von meinem Bally Das ist mein Bally Ach was hab ich getan? Nein Oh Ja man Oh Ja man Ja man Oh In den Hamburg Wie ist es so getustockt zu werden? Getustockt? Ey Ja ich hab noch zwei Stalks Nein Hä? Aber ich bin noch nicht tot Auch Was ist das denn? Komm wieder runter Nein! Nein! Ja komisches Mädchen Oh Oh du wirst du geschildert Tschüss Ich fühl sich als ein getustockt zu werden Oh mein Gott Nein! Ich spiel jetzt den besten Charakter im ganzen Spiel Und zwar Und zwar Das sag ich dir doch jetzt nicht Und Snell Sag mir Ähm ne Dann spiel ich jetzt auch den besten Charakter im ganzen Spiel Wenn wir den selben besten Charakter genommen haben Dann geb ich dir ein Eis aus Ich weiß nicht Ich bin jetzt der Superman Der Superman Nick Nick Schleuderface Und es ist Und es ist Super Mario Mann Nein es ist Garnondorf natürlich Oh Garnondorf ist so beschissen Ist der beste Charakter im ganzen Spiel Das stimmt nicht Doch guck mal wie er dich rasiert man Ich kann Backflip und du? Ich kann Mit meinem Fuß dich kicken Guck Ich spiel eigentlich die Mario Aber heute habe ich sowas im Gefühl Dass ich dich wirklich f***en will Kannst du das kicken bitte rauszensieren Jetzt hast du es ja nochmal gesagt Ey willst du mal was sehen man? Warte willst du mal was sehen? Mein Fuß Mein Fuß In die andere Richtung Oh oh Als ob das funktioniert halt Das ist aber eine ganz schöne Reichweite man Wenn du Mario spielst musst du die ganze Zeit Mario Geräusche machen Oh Jahu Jahu Jahuu Wau Ja genau Oh also aber Au Aber ich hole schon auch ein bisschen ne Scheiße Drecks Nein nicht in den Backs O Oh, was? Oh, was? 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 Nein! Oh, ich hab nicht verdrückt. Hey, das ist doch eigentlich ein Killermove, Alter, was ich hier grad gemaket hab. Naja, nicht in der... Du hast die Hatebox nicht getroffen. Ja, Mann. Mach noch mal. Ja, ich mach jetzt einfach gar nichts mehr, Alter. Gelogen! Oh, du lügst da! Du lügst da! Du lügst da! Du lügst da! Karakazaka! Mamma mia! Kamehameha! Mamma mia! Demetro again! Auchy! Nein! Oh, das hätt ich so punischen können, Mann. Ja, aber hast du nicht. Loser! 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 Oh, ja, okay. Kannst du das Fuck bitte rauszinsieren? Das mach ich. Danke. Das Match ist ganz schön even, also... 203 Prozent. Oh, schade! Der Bewohner! Oh. Nee, Ganondorf. Aber auch nur, weil ich nicht spiken wollte. Meinst du, der Ganondorf kommt aus dem selben Dorf wie der Bewohner? Ja, ich glaube sogar, die kommen aus dem gleichen Spiel, oder? Ganondorf Adventures? Nee, äh... Äh, wie hieß nochmal? Ja, Ganondorf's Ghostbanger, das ist so ne Alliteration. Aber... Oh, oi, das... Das ist das Battle der Giganten, Mann. Habe ich schon mal gesagt, dass ich nie Captain Falcon spiele? Habe ich schon mal gesagt, dass mir das eigentlich völlig egal ist? Ja, Leute, die Link und Bowser Jr. spielen... Und Michi heißen... Die sind, äh... Wir sind für mich. Ich heiße zum Glück eigentlich Michael. Oh ja, zum... Zum Glück. Ja, sonst wären wir keine besten Freunde. Nein! Das hat funktioniert, Mann! Wurde dich doch grabben, Alter! Das ist das... Das ist das... Warte, Moment, Momentchen kurz, Momentchen kurz. Hallo! Hallo! Ja, wenn man irgendwie nicht viel miteinander Falken Kick macht, dann klappt es auch irgendwann. Scheiße! Oh, okay. Oh, Alter! Ich hätte dich so... Ich hätte dich so... Ich hätte dich so nice punishen können, ne? Gib dir mal ein Zip. Ich bin auch so scheiße zu sein. Ja, Alter. Werte hier die 2 Stocks? Oh! Ja, bitte. Werte hier die 2 Stocks? Ja, du nicht, Mann! Du nicht, Mann! Du nicht! Oh, ich dachte, du springst jetzt richtig schneller rein. Ja, nee, Alter. Hast aber falsch gewettet. Lass mich in Ruhe. Ich bin der Link. Ich hab die weggerätetet. Hallo, ich bin der Link! Boah, nee, Alter! Wenn ich es noch verliere, dann spiele ich nächste Runde... Olimar. Ja, okay. Okay, Mann. Der Verlierer spielt nächste Runde Olimar. Das ist ein Deal. Das ist ein Deal. Jetzt kann ich einfach nur noch... Upsi, dupsi! Ja, viel Spaß mit Olimar, Mann! Ich spiele nicht Olimar. Hä, aber das war der Deal! Ich spiele Alf! Was hat die Wette um Olimar für Folgen? Und wer wird den finalen Kampf für sich entscheiden? Findet es heraus in der nächsten Folge von... Superschlag, Brüder! Was hat die Wette um Olimar für uns? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020